Leute, wie müssen Sie heute die richtigen Tunnel in Minecraft wählen? Äh, Aldi, äh... Oh, warum umarmst du mich? Ey, geh weg! Au! Leute, guck mal, Aldi, guck mal. Wir haben ja entweder einen roten Tunnel oder einen blauen. Und da, man sieht es schon, da sind Kisten drin. Und was ist hier? Hier ist einfach eine Emuild-Rüstung. Das gibt es nicht in normalen Minecraft. Das sieht man auch stattdessen in Phantasien. Oder wir können entscheiden, wir nehmen die Deer-Rüstung. Ja, oder die Emuild. Was willst du nehmen? Guck mal, die sind hier sogar verzaubert. Und sogar mit Sharpness, äh, hier V. Also echt im Ganzen eindeutig die, weil ich hab immer Minecraft gespielt. Und das war das Beste. Welche nimmst du dir? Okay, Team Emuild, einfach, weil ich probieren will. Vielleicht ist sie ja stärker. Na, guck mal, das Schwert hat ja jetzt schon ohne Verzauberung. 10 Intact Damage, das ist ultra stark. Vielleicht ist die Rüstung noch stärker. Ich weiß nicht. Jo, und wie die aussieht. Guck mich an. Du siehst aus wie so ein Smaragd. Oha, wie so ein Soldat. Okay, nixer Raum. Entweder Purple Äpfel, okay. Oder fünf goldene Äpfel. Sind die okay, Äpfel? Das sind sogar die OP-Äpfel. Sind die, ich weiß nicht, auf der anderen Seite, sind die auch OP oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht geben die auch kreisse Effekte, aber die leuchten nicht. Aber ich nimm die meistens mal rum, weil die queer sind. Ja, ich nimm die, glaube ich, auch. Weil, keine Ahnung, kann ja sein, dass sie viel krassere Effekte geben. Egal, komm weiter. Nächster Tunnel. Was ist hier drin? Ein Placeholder for Speed. Das sind diese Intems, wenn man die im Inventar hält. Also, du musst die einfach nur im Inventar liegen haben, dann hast du durchgehend Speed. Und hier Speed 2. Speed Motion. Aber nur für eine Minute und 30 Sekunden. Aber wie viele Kämpfe machen wir heute? Ein oder mehrere? Mal sehen. Also, ich kann auf jeden Fall den Speed holen. Aber dann guckt mal, wie schnell ich bin. Aber wenn wir einen Kampf machen und ich dann Speed 2 habe, dann bin ich durchgehend schneller. Äh, nicht, nee, nicht durchgehend. Nur eine Minute. Ja, komm, ich liebe das. Lieber durchgehend schnell. Die ganze Zeit. Ja, wir können ja ruhig schnell durchlaufen. Richtig krass. Okay. Kann mich was unsere Zuschauer nehmen würden? Hä? Dann können wir in den Kommentaren schreiben. Press to place Godbow mit Lackhunderts. Power X, Flame X, Infinity 1. Oder? Omegabow. Omega, aber das ist ein normaler Bogen von der Textur her. Aber guck mal, die Effekte. Der hat auch krass Effekte. Flame 1, Infinity 1, Power X. Aber mit Lackhundert. Ey, der hat zweimal Power X. Power X, Power X. Aber Lackhundert weiß, was das... Nein. ID, bitte, bitte, bitte. Weißt du, was das überhaupt ist? Wenn du mich triffst oder so, kommt eine Explosion oder was weiß ich. Das wäre glaube ich mir auch gelogen. Ja, aber das ist, glaube ich... Ich habe bis jetzt nicht so gute Erfahrungen mit Lackhunderts-Bögen und so. Auch nicht, aber irgendwann muss man das erste Mal wirklich diese Situation... Ja, ich sehe die Nummer 1. Ich stecke die Stärke... Ey, das meine ich. ID! Wow! Hey, du bist nicht im Game, und... Komm weiter! So, nächster Tunnel. Fünf Flaming-Throwings da. Oh, nein. Das sind, glaube ich, werfbare Sterne. Warte, welcher war das? Der grüne. Ach, Flaming. Das ist, äh... Hier ist... Kriegt man Feuer, wenn man jemanden abwirft? Und hier Eis sieht. Und hier kannst du dich dann nicht mehr bewegen und fast gar nichts mehr sehen. Aber es ist immer Eis. Ich glaube, auch Eis. Aber Eis... Ja? Ich glaube, die Zuschauer wollen auch Eis bei dir oder wollen die Feuer? Ich glaube, die wollen Feuer. Ja, dann guck mal Feuer, dann guck mal was sterbt. Nee, aber... Feuer macht nicht so viel, äh, Dings. Du kriegst zwar nur Schaden, aber mehr nicht. Hier bleibst du, glaube ich, äh, stehen. Du kannst nicht mehr so viel sehen und so. Ich glaube, das ist viel krasser. Okay, Dings, dann tun dir... Los! Explosion-Pick-Eggs. Hä? Äh... Oder... Slime-Pick-Eggs. Hä? Slime? Ich nehme mal die Slime, weil Explosion habe ich ein bisschen Angst, dass sonst hier alles explodiert. Guck mal, die hat 10 Detect-Damage. Und die hat... Aber du hast schon genommen. Die hat 6, aber die heißt Explosion. Wenn ich dich hinterher explodiere, dann ist mir was. Aber du solltest noch nicht an. Die Detect-Damage sagen doch gar nichts aus. Okay, ich habe die schon genommen. Ich dachte, die explodieren... Oh mein Gott! Äh! Bin ich gelb und eins. Oh mein Gott, wenn meine Abbot explodiert. Oh mein Gott. Eins, ob... Hä? Das kannte ich gar nicht. Lol, ist die neu? Ich kannte es ehrlich nicht. Ich kann das ehrlich nicht. Junge, wenn meine Abbot explodiert es einfach. Wir müssen gleich, glaube ich, hier unter der Erde ein Bad Rock machen, damit ich nicht sterbe. Beim nächsten Mal oder im Kampf. Machen wir gleich. Ein Schild-Nucky-Block. Okay, einer... Egal, was da anders ist. Hast du schon genommen? Ja! So, guck mal hier rein. Äh! Oh Mann! Ich nehme die raus. Einfach, weil es mehr sind. Aber wenn du jetzt bei Schild Glück hast... Komm mal rauf. Ich versuche mal hier meine Abbot zu lassen. Wie lange? Nein! Ich glaube, das ist OP Magic. Ja. Ey, nee. Jetzt kriegst du voll krasse Effekte, ne? Gleich im Kampf. Ich würde es jetzt noch nicht benutzen. Aber ich glaube, damit dürfte ich mich dann besiegen können. Ey! Ein Schild. Warum? Das meine ich mit dem Lucky Block... Mit dem Lucky... Hier. Lucky 100-Bow. Da kommen immer krasse Sachen. Manchmal schießt er Feuer... Hä? Hä? Warte, da oben spott was. Ich weiß es. Ich muss da kurz hoch. Ich muss da kurz hoch. Ich muss da kurz hoch. Einfach Goldapfel. Ja, und ich spott immer Potions, glaube ich. Ja, oben drauf. Das sind OP-Potions. Gib her. Ey, wie baue ich das ab? Ich kann es nicht abbauen. Das explodiert es hier. Auch rein. Gib mal die Adblock. Komm, komm. Äh, äh, gönn mir nicht. Alge, 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 Alge. Hehe. Komm schon. Okay, bin oben. Ich bin ein YouTuber. Yo, was ist das für ein Trank? Speed Potion, Haze Potion, Shampoos. Okay, ich habe auch einen guten Trank bekommen. So, ich habe noch ein Waybo. Mach ich auch schnell auf. Nein. Okay, lieber raus, lieber raus. Lieber raus. Komm, Alty, komm. Weil das glaube ich mit Lucky Null. Komm, einfach, komm. Nächster Tunnel. Ja, gut. Drei Invisible Lucky Blöcke. Die sind auf jeden Fall Kreis. Oder? Zwei Troll. Ich habe Troll. Bei Troll gibt es Illuminati. Die sagt immer bei Invisible. Hatte ich, glaube ich, auch gute Erfahrung. Als er mit dem Emerald gefangen ist und so. Ja, ich nehme die raus. Hast du schon aufgemacht? Kuss, ich habe Sponsor Emperor. Lieber nicht. Noch nicht. Bitte. Ich glaube, das ist gefährlich. Oh. No, der Hüter. Alter, ich habe das Trollschwert. Nein. Wie viel Attack Damage hat das? Wie viel Attack Damage? X. Ja, okay, geht's. Besser als das andere Schwert. Ey, ich hätte lieber deine Lucky Blöcke nehmen sollen. Was gibt der hier mehr? Ja, mit dem können wir gut handeln. Aber da fahre mich gerade nicht die Items. Komm, das ist zum nächsten Tunnel. Komm, 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 komm. Was gibt der? Placeholder of Regeneration. Das ist ziemlich okay. Ja. Durchgehen Regeneration oder durchgehen Shampoos. Nee, nee, nee. Ich nehme Regeneration. Aber das ist doch Regeneration 1. Ja, aber trotzdem überleg mal, wenn du mich haust und ich renne einfach weg, dann geht das so richtig schnell wieder hoch. Nee, Regeneration 1 ist nicht so stark. Ich glaube, ich nehme mir einen Shampoos. Guck mal, wie hoch ich springe. Ja, das bringt ja auch nichts. Ja, du wirst dich schon sehen im Kampf. Hä? Hier ist ein Coffing Bench. Lol. Wampen Material? Kannst du das? Nein, gar nicht. Das muss neu sein. Ich kann das auch nicht. Ich habe Regen schon ausgemacht. Hast du auch gemacht? Jetzt wieder. Jetzt geht's. Oder negative Diamanten. Hä? Die kenne ich auf jeden Fall. Hast du die genommen? Mhm. Okay. Dann kauf dir mal raus was. Ich nehme das hier. Oh mein Gott. Als ob man das einfach hier rauskriegt. Lol, das wusste ich nicht. Äh, einziehen. Guck mal. Guck mal auf meine Hand. Hä? Die grüne Illuminati-Rüstung. Ja, guck mal, was ich habe. Lol. Ich glaube, ich lasse die Chainsplate an. Was hast du bekommen? Ich habe hier auch so eine Chainsplate gekraftet. Ah, ich sehe es. Aber ist die Stärkung? Zumal ist die jemand? Ja, ich habe eine Resistance. Lol, du hast Effekte bekommen? Okay, gut. Hä? Hä? Was ist das für ein unsich wahres Item? Da ist gar kein Item drin. Hä? Was ist da oben drin? Hä? Auch. Warte, das hier heißt Wear Present, okay? Und wie heißt das andere? Das ist Invisible Case Bow. Warum Bau? Ist da ein Bungen drin? Ich habe das gewonnen. Guck mal. Welches hast du genommen? Ich nehme das. Alter, hier ist ein Bungen. Lol, guck mal, was ich drin habe. Eine Kiste mit richtig vielen OP-Bügeln. Lol. Toll. Aber so OP sind die gar nicht. Ja, okay. Meiner ist schon besser, den ich eigentlich habe. Let's go. Los. Spawn. Goss. Was? Goss. XO? Gingst du nicht gefährlich. Spawn, Peter? Nimm du Peter. Nimm du Peter. Was? Hast du schon gemacht? Ist weg. Oh, ja, ich mache lieber später, weil vielleicht geht uns jetzt die Map kaputt. Was weiß ich. Future Gun? Hä? Guck mal, ich bin nicht. Die nimmst du, okay. Und hier? Ray Gun. Okay, dann nehme ich die. Er explodiert sich sogar bei der. Egal, die ich testen, noch nicht, noch nicht. Ich glaube, es ist hier gefährlich. Zwei TNT-Lackenblöcke. Die wollte ich gerade schon rausnehmen. Oder? Ein Phantasier. Ein Phantasier. Ja, Phantasier, bessere Loots. Äh, Loot, äh, ja. Besseres Loots. Wow. Nein. Okay, rauskriege ich was? Kann ich da raus was kraften? Bitte, bitte, bitte. Irgendwas. Ja, ich glaube, das ist nicht so stark. Haha, ich habe E-Jampoos. Zwei Whopper? Ich weiß nicht, was es bringt. Ich glaube, es ist nicht so gut. Oder fünf Enderperlen. Ich will die anderen probieren. Ich nehme die anderen. Ich will probieren. Aber du whoppst so nicht in der Web umher. Ich weiß nicht. Deswegen ja, ich will ja testen, was passiert. Noch ein Raum. Swank Lucky Magic. Stärke oder unendlich Reichweite. Ich nehme unendlich Reichweite. Ich kann dich von überall hinten, egal wo. Ich bin strange. Mensch. Ey, Alter, wir sind fertig. Hab ich. Komm. Erstmal für die Twitch-Tränke. Ich nehme jetzt mal alles, was ich habe. Ich esse den Apfel. Ich kann ihn gar nicht essen. Ey, wieso haben wir nicht den Goldäpfel genommen? Beste Mal. Viel Spaß. Lars. Was bringt das? Hey, das bringt ja gar nichts. Oh mein Gott. Nein. Nein. Ey. Ich kann gleiten. Ich kann gleiten. Warte, du bist raus. Nein, nein. Warte, komm. Nochmal. Ich habe überlebt. Sogar. Jetzt ohne den Bogen, okay? Let's go. Lars. What? Ich muss einfach abbauen. Nein. 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 Ja, Mann. Mach ich dir kein Damage. Warte mal. Ich kann mal stehen. Lol. Du holst mich einfach one hit. Ey, ich habe mir voll die falschen Items heute genommen. Aber Leute, das ist der Gave, was du gefeiert hast. Schaut bei IT vorbei. Und dann würde ich sagen, tschüss.